Automobil. Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe auf der Messe, muss man sagen, wir gehen doch gleich mal raus am besten und gucken uns das Fahrzeug von außen mal an. Hallo Karl, ich grüße dich herzlich. Hallo, servus. Ja, wie bei allen Fahrzeugen von dir, die Form folgt der Funktion. Du hast also, auch für große Menschen, ich war eben mal drin, das geht. Ich bin also mit Schuhen 1,90 Meter. Das Einzige, wo es ein bisschen eng wird, ist in der Dusche, wenn ich duschen will. Auf die Toilette geht noch. Ich würde, ich könnte mich sogar noch drin duschen, das wäre kein Problem. Aber ich kann nicht mehr ganz aufrecht stehen. Das ist aber bei 1,90 Meter, man muss es mal ausprobieren. Man muss es selber mal ausprobiert haben, oder? Sven, kein Problem. Du kannst jetzt gerne hier mal duschen. Ich filme dann weiter und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Das ist ja kein Thema. So, geil. 1. April nicht verkehrt. Wo liegen wir hier? Den kompletten Film kostenlos jetzt sehen? Jetzt auf German Television und klicke einfach auf den Link in der Videobeschreibung.